Musik Wunderbaren guten Morgen Traderinnen und Trader. Wir schauen heute mal über den Teich nach UK. Das ist heute zufälligerweise echt ein Special mit nur britischen Währungen auf der Uhr. Britisch US-Dollar, Britisch Pfund, Schweizer Franken und Britisch Pfund, Cannes Dollar. Die Charts laden ein. Von der Seite her, so what it happens. Wir haben heute die drei Währungen. Gerne auch natürlich den ein oder anderen Wunschmarkt einfach rein in die Chats hier auf GoToWebinar und Facebook. Da kann ich mich sehr, sehr gerne auch um Wunschmärkte kümmern. Ich habe übrigens gestern auch noch die Information bekommen, dass gerne auch immer mal der Blick in den Nasdaq gewünscht wird. Da gucken wir auch nachher gleich nochmal rein. Sowas nehme ich mir natürlich gerne an. Von der Seite her einen ganz herzlichen Dank für die Rückmeldung. Wir schauen auf den Risikohinweis. Bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFD ist auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Das zum Risikohinweisen. Da gehen wir in die Tagesnachrichten rein. Ja, Nachrichten, Wirtschaftsnachrichten in den letzten Tagen doch gar nicht mal so übel gewesen in Teilen. Gerade was die Ausblicke angeht. Wie schon gesagt, wir hatten einige gute Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Thema IFO. Wir hatten das Biespuk gar nicht so schlecht, was auch die Ausblicke angeht. Es ist ein gemischtes Bild. Notenbanken schießen voll mit rein, machen Hoffnung auf das bessere Bild. In Zukunft das Ganze sehen wir an den Indizes. Aber die Volatilität, die ist natürlich auch da. Das bleibt auch am Markt weiterhin erhalten. Das sehen wir uns an. Was gibt es heute an Nachrichten? 14 Uhr. Hier bei uns in Deutschland, da gibt es den Verbraucherpreisindex. Ja gut, da sollten wir nichts erwarten. Aus den USA gibt es dann ein paar Bullenköpfe mit dreifacher Ausfertigung. Hier die Auftragseingänge für langlebige Güter um 14.30 Uhr. Wir kriegen das BIP um 14.30 Uhr. Das BIP übrigens wird deutlich schlechter erwartet als das vorherige. Minus 4,8 die Prognose. Das bleibt spannend. Ich gehe aber persönlich davon aus, dass sich das BIP schon negativ entwickeln wird. Weil einfach, ganz einfach weniger Geld in die, ja, sag ich mal, in die Wirtschaft seitens der Privaten gegangen ist. Aber wir sehen es auch am Immobilienmarkt. Da ist es doch relativ solide. Da haben wir diese Woche auch Meldungen bekommen vom Immobilienmarkt in den USA. Da ist ein deutlicher Rückgang erwartet worden in einigen Bereichen. Da war es tatsächlich doch ein Zuwachs. Das war eine richtig tolle Überraschung. Die niedrigen Zinsen helfen dann sozusagen jetzt auch dem Immobilienmarkt weiter auf die Beine. Also das sehr, sehr spannend. Was gibt es noch? Wir kriegen um 14.30 Uhr weiterhin noch die erste Anträge auf die Arbeitslosenhilfe. Auch das bleibt ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie sich das Thema entwickelt. Es sollten ja eigentlich, wenn so der Lockdown jetzt anfängt, langsam Stück für Stück zu greifen, dass die Lockerungen auch fassen, sollte sich der Arbeitsmarkt auch wieder entspannen. Das werden wir allerdings erst in Zukunft sehen. Schwebende Hausverkäufe bekommen wir noch. Und dann gibt es die Rohöl-Lagerbestände. Das Ganze hier dann um 17 Uhr. Die schwebenden Hausverkäufe um 16 Uhr. Zum Thema Öl. Gestern gab es ja schon den kleinen Ölbericht sozusagen, der immer einen Tag vor den offiziellen Rohöl-Lagerbeständen an die Märkte kommt, beziehungsweise über die Ticker läuft. Da haben wir gestern wieder einen deutlichen Zuwachs gesehen. Also beim Öl ist nicht alles so einfach, dass es jetzt einfach wieder nach oben geht, sondern auch die Lage am Ölmarkt ist doch relativ angespannt. Und das zu ein paar Nachrichten. Und wie schon gesagt, bitte immer selbst die Nachrichten checken, damit hier auch bei den eigenen getradeten Handelspaaren immer mal wieder geschaut wird. Hier gucken, was könnte denn eventuell Kursbewegungen bringen. Und damit gehen wir in die Charts hinein. Hier an dieser Stelle. Ich habe auch schon eine Wunschfrage. Euro japanischer Yen wurde gewünscht. Ja, gerne. Schauen wir da drauf. Das mache ich sofort, wenn wir hier mit den Grundmärkten durch sind, mit den Handelsideen für heute. Jetzt mache ich erst mal das Bild noch groß. Deswegen schaue ich hier zum anderen Monitor rüber. Also, wir sehen es im Hintergrund. Ich möchte ganz kurz nur noch mal raufgehen auf den Dow Jones. Den hatten wir ja gestern besprochen. Wir sehen es. Der bleibt weiterhin recht stark. Wir sind mittlerweile über das Gap von gestern drüber gelaufen. Also, das Gap Low von gestern ist überschritten worden. Also, nicht das Gap Low von gestern, sondern hier drüben, wo die Maus hier unten zeigt. Da hatten wir ja das Gap gerissen zwischen 25.788 und 25.365 Zählern. Da sind wir gestern über die Unterkante durchgelaufen. Und heute sind wir oben angenommen. Das heißt, aus technischer Sicht ist das Gap zumindest jetzt erst einmal geschlossen. Da bleibt es spannend, wie es weitergeht. Nach oben hin haben wir, wie schon gesagt, noch einiges an Potenzial im Dow. Da hier der Weg Richtung 27.000 Punkte ist jetzt offen. Da gibt es keine größeren Störfaktoren mehr. Das Einzige, was kommen kann, sind irgendwelche Nachrichten oder eine ganz normal einsetzende Korrektur an dieser Stelle. Das reine, klassische, technische Potenzial ist allerdings noch nicht ganz ausgereizt. Wenn wir hier mal kurz auflegen, wo es hingehen kann, hier nach oben hin. Ich messe einfach mal kurz aus, die Tiefe der Bewegung in etwa, nein, der Korrektur, wenn wir die auf die Bewegung draufsetzen. Wir sehen es hier oben. Da haben wir durchaus mit der laufenden Bewegung alleine schon das Potenzial hier aus technischer Sicht in Richtung der 27.000 Punkte Mark zu laufen. Also das, denke ich mal, ist schon einiges an Potenzial, was wir hier da haben. Und da bin ich gespannt, wie der Markt das Ganze ausreizt. So, das zum Dow Jones. Wie schon gesagt, wenn auch weitere Indizes im heutigen Laufe des Tages gewünscht werden, einfach mir eine Info geben und dann geht das Ganze hier entsprechend weiter. Wir blicken jetzt auf die Währungen im britischen Fund. Das heißt, ich starte mal durch hier mit, wir fangen mal an, mit dem Kan-Dollar. Britisches Fund, kanadischer Dollar. Ein wuchtiger Schub gestern, den haben wir hier gesehen. Ich gehe mal kurz auf den Tagesschat drauf. Entschuldigung, lassen wir mal sehen, wo wir hier gerade auch stehen. Da mache ich das Bild mal kurz etwas größer. Schaut mal, hier unten drinnen, die Marke von 1,69,8. Das war ja so eine ganze Weile, so der zaghafte Antestbereich. Wir sind da hier mit einem ziemlich starken Schub oben aus der Seitwärtsbewegung ausgebrochen. Und dann hat es tagelang gedauert, bis er sich endlich mal für eine Richtung entschieden hat. Zwischendrin hatten wir untergeordnet auch einen Schwungbereich zwischen 1,71 und 1,70. Hin und her ging es. Die 1,69,8 war oder die ist oder war sozusagen hier das entscheidende Level. Und da ging es gestern mit Schmackes unten drunter. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, war es das gewesen? Kommt jetzt eine Korrektur und dann saust der Markt nach unten ab? Zwei Dinge möchte ich hier sagen. Erstens, nach solchen starken Tagen ruht der Markt manchmal ein kleines bisschen aus. Nummer 1. Das heißt, da kann man durchaus auch ein bisschen Korrektur nach oben erwarten. Aber, und jetzt ist das Interessante, wir sollten jetzt mal ganz genau auf die Korrektur schauen. Wenn die nämlich nur flach wird und so ein bisschen seitlich dahin läuft, dann ist das ein Zeichen von Schwäche. Und dann sieht man es nicht selten, dass nach so einem ersten Rutschtag noch ein zweiter kommt. Beziehungsweise, wenn man diesen Tag hier oben nimmt, das war ja der erste, das dann der zweite. Und dann kommt nicht selten noch ein dritter Tag mit einem Rutsch nach unten. Und der könnte uns dann relativ flott unten reinführen. Hier in diesen Drehbereich um die Marke von 1,67,3. Hier mit Blick auf den Tagesschart. Das schauen wir uns jetzt mal noch im Stundenchart, beziehungsweise im Verlauf des Vierstundenscharts an. Da sehen wir nämlich die Marker, die ich hier am Rand markiert habe, noch einmal. Also, wie schon gesagt, das hier oben war der Drehbereich und unten die Anlaufbereiche, die wir jetzt hier so haben. Schaut mal hier, da haben wir hier einen Bereich, der hat deutliche Marktbeachtung erfahren. Das ist so die 1,67,3. Und dann haben wir hier das Zwischentief unten bei 1,66 gehabt. Diese beiden Marker, die sind jetzt da. Und jetzt werfen wir an dieser Stelle nochmal den Blick auf das, was hier aktuell läuft. Und zwar mache ich es jetzt mal ganz, ganz groß. Schaut mal, das ist jetzt ordentlich Bewegung nach unten. Wenn man mal sieht, wo es oben herkam, das mal von unten hier, das Ausbruchslevel, wenn wir das mal nach oben ausmessen, wir sind da schon ein ganzes Stückchen nach oben gelaufen, beziehungsweise nach unten gelaufen. Und wenn man mal sieht, wo diese Bewegung hierher kommt, schaut mal, dann sind wir auch aus dieser Korrekturtiefe hier, also von diesem Level hier unten, wo das Bruchlevel ist, oben raus, was die Korrektur hier gewesen ist, das mal unten drauf gesetzt, da sind wir schon deutlich unten drunter durchgelaufen. Das sehen wir hier, aber das ist nicht allein entscheidend, um zu sagen, okay, jetzt müssen wir ja irgendwann mal in eine Korrektur laufen. Und das ist jetzt nämlich schön zu sehen, wie wir hier korrigieren. Schaut mal, es ist jetzt hier an dieser Stelle relativ flach. Also richtig Korrekturdynamik kommt da nicht rein. Das heißt, an dieser Stelle, hier haben wir so einen leicht nach oben laufenden Kanal. Er kann sich jetzt natürlich noch ein Stück weit nach oben ausdehnen oder läuft seitwärts. Aber wichtig ist eins, hier die Unterseite und das ist der wichtige Marker. Wenn wir hier einfach relativ flott unten drunter durchrutschen, dann ist das ein Zeichen von Schwäche. Und das sehen wir auch in den kleineren Zeiteinheiten hier, dass wir hier dann nach unten sozusagen immer weiter Druck bekommen. Und wenn wir da den Rutsch nach unten sehen, dann wäre das ein Indiz dafür, dass der Markt weiter schwach bleibt und wir doch relativ flott unten rauslaufen könnten. Und tiefere Korrekturen sollten wir dann erwarten, wenn wir sozusagen hier über diesen Bereich über oben drüber laufen. Wenn wir uns die Stunde mal anschauen, da sehen wir schön den Bewegungstrend, wie er nach unten geschwungen ist. Den kann man sich auch hier anzeichnen lassen, das Ganze hier an dieser Stelle. Und da sehen wir hier oben, dass diese Marke bei 1,68,9 der Punkt ist, über den es drüber zu laufen gilt. Dann ist die Chance da, eine tiefere Korrektur zu sehen. Und wie schon gesagt, die Anlaufpunkte zur Oberseite hin, die sind auch schnell gefunden. Das ist das Ausbruchslevel bei 1,69,8. Beziehungsweise wenn wir uns dann mal hier auf diesen nach unten laufenden Trend, den Bewegungstrend mit beziehen, kurz oben drüber haben wir dann hier auch noch einen Schwungbereich um die Marke von 1,70 mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten des britischen Fund kanadischen Dollar. So, als nächstes gehen wir mal das Alphabet weiter durch. Nehmen wir den britischen Fund Schweizer Franken. Hier verortet mit Blick in den 4-Stunden-Chart in einem Aufwärtstrend. Hier an dieser Stelle sieht man schön, wie der Markt nach oben trennt. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Jetzt sehen wir hier die Korrektur. Hier fließen auch, wenn man das Ganze mal anschauen möchte, zwei Zeiteinheiten ineinander. Aber das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende. Nein, nicht zwei Zeiteinheiten, sondern zwei Trendgrößen. Einmal hier dieser größere Trend und dann hier der Bewegungstrend nach oben hin. Der ist jetzt übrigens rausgenommen. Aber mit Blick auf diese Trendverläufe bekommen wir natürlich zwei schöne Marker angezeigt. Und zwar, wenn wir uns das mal anschauen wollen, schaut mal. Hier um die Marke von 1,1877. Das war der Bereich, als, Moment, ich zeichne euch das mal ganz kurz ein, als dieser Trend hier entstanden ist. Ich nehme mal das Zeichentuch. Also schaut mal hier. Das wäre Trend Nummer 1 hier. Das hier ist das größere Bild. So, das ist Nummer 1. So, als nächstes, jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier die Farben vom Stift mal ändern kann. Joa, machen wir. Als nächstes haben wir diesen hier. So, also wir sehen, es gibt da viele, viele bestimmte Bezugspunkte. Und deswegen muss das Ganze immer zum eigenen Handelsstil und zur eigenen Zeitrahmen passen. Und als drittes haben wir dann noch den hier, der hier eingezeichnet ist. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Zack, der ist raus. Das war hier der letzte Trend, der letzte Bewegungstrend, der nach oben gelaufen ist. Und der ist jetzt komplett rausgenommen. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, was wird das, was wir hier alles sehen? Ja, das heißt, sehen wir jetzt den Markt nach unten laufen. Es bildet sich ein Gegentrend aus diesem Schwungbereich hier unten raus. Dann hier nächster Anlaufpunkt. Neben dem Trendtief oder neben dem kleinen Zwischentief, was wir hier unten gehabt haben, knapp um die Marke 1.18.3, haben wir hier einmal die 1.18.21 als Swinglow hier unten. Dann den Support um die 1.18 wird. Das auch rausgenommen, ist der nächste Trend im Eimer. Und dann sehen wir uns da unten um die 1.1774 rein mal klassisch aus der Zielplanung heraus. Dazu müssen wir allerdings unten drunter durchfallen. Ob das kommt, man weiß es nicht. Aber ein Indiz dafür können wir auch bekommen. Und zwar, jetzt gucken wir uns das Indiz mal an. Schaut mal hier. Das ist wieder genau wie gerade eben im anderen Chart gezeichnet. Das verhalten wir laufen hier in der Korrektur hier rein. Und jetzt schaut mal hier. Das ist der Trendkanal, der Korrekturtrendkanal. Und der kann jetzt im Sinne auf diesen Aufwärtstrend, hier auf den etwas größeren, der ist ja mittlerweile wirklich auch durch, genudelt, weg, raus damit. Im Sinne aber dieser übergeordneten Aufwärtstynamik könnte es durchaus zu einer Ausweitung der ganzen Situation kommen. Nächster Anlaufpunkt wäre hier oben mal der Bruchbereich um die 1.19.2. Aber, nein, 1.18.2, so rum. Also dieses Bruchlevel hier an dieser Stelle. Sollten wir hier allerdings unten drunter durchfallen, und da gehen wir jetzt einfach mal schön in die Stunde rein, da sehen wir es nämlich nach oben schlängeln, diesen Trend schon so ein bisschen. Dann, ja, und dann wird es sehr, sehr wichtig. Schaut mal hier unten dieser Bereich. Das hier ist im Kleinsten der alte oder aktuelle Haltebereich an dieser Stelle. Wenn wir hier oben tatsächlich Abverkauf bekommen und wir unter dieser Marke drunter laufen, das ist die Marke von ungefähr 1.18.6, dann ist die Korrektur hier das beendet und wir laufen in Richtung dieser starken ersten vorhergehenden Dynamik rein. Und dann haben wir echt total die Chance, unten reinzulaufen in die tieferen Bereiche, die ich hier gerade gekennzeichnet habe. Also da müssen wir einfach nur hinschauen. Wird der Trendkanal tatsächlich nach unten rausgenommen, dann hat sich das Thema zur Unterseite auch da. Und wir haben die Chance, dass wir hier weiter nach unten entsprechend anlupfen. Ansonsten, wie schon gesagt, der Weg nach oben ist ja relativ frei. Sollten wir tatsächlich die Käufer wieder ganz stark in den Markt hier reinbekommen. Und dass gestern nur, naja, ein technisch indizierter Rutsch nach unten gewesen ist, na gut, dann haben wir hier oben die 1.18.9. Und wenn die genommen wird, dann ist der Weg hier in das Widerstandslevel um die 1.19.6, 1.19.7 erstmal auf der Oberseite wieder frei im Schweizer Franken, also im britischen Pfund Schweizer Franken sozusagen. Und damit blicken wir auf das Cable, bekannt als britisch Pfund US-Dollar oder umgekehrt britisch Pfund US-Dollar, bekannt als Cable sozusagen. Wir sehen es hier im 4-Stunden-Chart, verortet in einem Aufwärtstrand, ganz klar am Laufen hier. Der 4-Stunden-Trend ist aufwärts gerichtet, aber das ganz große übergeordnete Bild ist immer noch abwärts gerichtet. Das sehen wir hier auf Tagesbasis. Es ist aber weit, weit runtergekommen alles. Deswegen sage ich hier in dieser Besprechung, also der Marktbesprechung, was wir jetzt hier annehmen, ist erst einmal auf dieser Seite natürlich der 4-Stunden-Trend für die kurzfristigeren Trader. Der ist nach oben ganz klassisch gerichtet. Schauen wir hier auf den Tagestrend, dann sehen wir hier an dieser Stelle den Markt abwärts gerichtet. Und da müssen wir auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn der jetzt hier tatsächlich rumdreht, dann könnte es durchaus zur Wiederaufnahme des alten, also des Tagesabwärtstrends hier kommen. Und das zeigt uns dann natürlich den Weg nach unten. So weit ist es aber noch nicht. Was wir hier entsprechend sehen, ist in der Korrektur zu gestern erst einmal das gleiche Bild, wie in den anderen beiden Währungspaaren, die wir gerade besprochen haben. Das ist ja jetzt nicht wirklich verwunderlich, weil es betrifft nun mal den britischen Fund. Aber die Chance hier ist natürlich da, weil wir hier noch schön verortet sind im Aufwärtstrend hier. Das ist jetzt schön markiert an dieser Stelle, dass wir hier aus diesem Unterstützungsband wieder rauslaufen nach oben hin. Wir sehen es, wir haben es ja gestern mit einer hohen Wohler nach unten unterschritten. Hier diese 1,22,66 und 1,22,47, das waren ja so ein paar Haltepunkte, die der Markt schon mal beachtet hatte. Da ging es einfach nach unten rein aus dieser Sache, die wir hier laufen haben, ist es ohne weiteres möglich, dass wir ungefähr hier ganz knapp über den Daumen um die 1,21,7, 1,21,6 unten reinlaufen könnten. Dann hätten wir hier natürlich noch einiges an Abwärtspotenzial. Und die klassischen Setups, die wir hier sehen, die entsprechen auch dem, was wir gerade auch gesehen haben. Das heißt, wenn wir jetzt an dieser Stelle hier aus diesem Bild, also ich skizziere es einfach mal ein, wie die Korrektur oder in welchem Rahmen die Korrektur hier gerade läuft. Das ist das Bild, was wir hier gerade sehen. Wenn wir das hier nach oben weiter laufen sehen, dann wäre das wirklich hier schön die Umkehr gewesen. Der Stundentrend dreht wieder rum und läuft wieder hier in Richtung des 4-Stunden-Trends. Also das ist das, was wir hier im Kleineren sehen. Wir sehen es hier, der Markt schwingt hier schon nach oben. Eingezeichnet ist es, der Aufwärtstrend ist da. Da haben wir schon eine Chance, jetzt wirklich wieder hier oben erstmal Richtung 1,23,6,3 zu laufen. Fällt das Ganze aber in sich zusammen, also kommt es nicht zur weiteren Aufwärtsdynamik. Da müssen wir einfach schauen, wenn wir hier unter die 1,22,5 unten drunter laufen, dann kehrt das Bild wieder um. Das wäre dann sozusagen auch der Ausbruch durch die Korrekturformation zur Unterseite hin. Und das wäre dann wiederum das Signal, dass hier der Markt sich wieder erneut weiter nach unten richtet. Und dann müssen wir den Fokus ganz klar sehen, hier unten um die 1,21,7,1,21,6. Aber vorher gibt es noch einen Bereich, der ist durchaus für was gut. Und das haben wir gestern auch gesehen, da sind wir reingelupft. Schaut mal hier, das hier ist der Drehbereich gewesen, als wir diesen Abwärtstrend hier, also diesen hier unten rausgenommen haben. Da sind wir oben drüber gelaufen, das hier an dieser Stelle und das war die Marke, die hier Beachtung gefunden hat und die gestern hier auch nochmal Beachtung gefunden hat. Und das durchaus Möglichkeit als Longumkehrsignal, also auch hier entscheidende Marke. Geht es über das Hoch dieser Kerze drüber, ich klemme mal kurz das Preisschild dran, also laufen wir hier oben drüber ganz knapp über das Hoch bei, naja, wo haben wir es liegen, 1,22,8. Dann eher die Longseite kurzfristig, aber man muss auch sehen, im Kleinstbereich liegt hier an dieser Stelle natürlich auch ein Trendbildungslevel. Also die 1,22,8 ist schon ein wichtiger Marker und wenn wir das rausnehmen, dann haben wir wirklich die Chance Richtung 1,23,6 zu laufen in dieses Trend hoch hinein. Das wäre dann schönes Stärkezeichen für die Umkehr an dieser Stelle. Die zweite Seite, die wir beachten müssen im kurzfristigen Bereich, beziehungsweise auch im mittelfristigen Bereich, ist das Tief dieser Kerze bei ungefähr 1,22,4,7. Da drunter, das wäre dann Ausbruch aus dieser positiven Formation hier zur Unterseite hin und dann, ja, dann liegt der Weg nach unten erst einmal Richtung 1,22 wieder ganz, ganz offen vor uns im britischen Fund, US-Dollar. So, damit gehen wir auf die, nein, ich mache zuerst noch den Euro-japanischen Yen, das war ein Wunschmarkt an dieser Stelle und danach gehen wir auf den technologielastigen US-Index, den schauen wir uns gleich an. Erst einmal hier Euro-japanisches Yen, schön in der Aufwärtsdynamik drin, wir sehen es auch hier verortet im 4-Stunden-Chart. Schauen wir uns mal den Tageschart an, da sehen wir hier eingezeichnet und auch im Chart ohne die Einzeichnung sehr, sehr deutlich erkennbar. Im größeren Bild fallende Hochs, fallende Tiefs, aber bitte hier an dieser Stelle nicht täuschen lassen. Wir haben hier extrem weit gelaufene Bewegungen und das bringt uns halt in die Situation, dass wir hier untergeordnet Aufwärtstrends bekommen. Und das ist jetzt ein sehr, sehr interessanter Marker, den wir hier an dieser Stelle haben, weil dieser Trend schön nach oben gelaufen ist. Und wenn wir uns jetzt mal diesen alten Trendverlauf hier anschauen und mal einen Blick nehmen auf das, was ich hier in blau markiert habe an dieser Stelle, dann sehen wir eine Stelle. Und zwar ist das genau dieses Level, wo wir jetzt sind, um die Marke von 119. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, weil ein alter Verkaufsbereich, ich mache das kurz mal in einer rötigen Farbe, alter Verkaufsbereich, warum? Schaut euch mal diesen Trend hier an, der blau markierte. Hier oben war ein Korrekturhoch, sollten hier Verkäufer warten, könnte da deutlich Druck reinkommen. Liegen hier allerdings als Druck zur Unterseite. Würde dann dazu führen, dass wir hier die Korrektur bekommen und wenn wir uns die Korrektur mal anschauen, dann können wir uns an den Tagestiefs orientieren. Tagestief von heute, beziehungsweise das Tagestief von gestern, wären dann mal Anlaufmarke, die wir hier ohne weiteres zur Unterseite haben. Also das Ganze mal in Punkten genannt hier. Tagestief von heute, ganz grob um die 118.42 und hier das Tagestief von gestern, die 117.7 hier an dieser Stelle. Hier, wenn wir tatsächlich einen Abprall bekommen, warten hier allerdings Eindeckungsorders, dann kriegen wir Kaufdruck und dann ist der Weg, wir sehen es hier, da ist nicht wirklich viel. Frei weiter nach oben Richtung 121.2. Das Ganze hier doch dann sehr, sehr positiv zu sehen und auch hier wieder eine schöne Verortung innerhalb des Widerstandslevels hier oben. Das sind wichtige Drehmarker. Abprall heißt Umkehr nach unten. Das wäre dann auch das Umkehrsignal für die Schurtrichtung. Gehen wir oben drüber, dann haben wir die Oberseite da. So, das zum Euro-Yen und dann schauen wir noch auf Euro-Tschechische Krone. Auch dieses Währungspaar hat man ja das ein oder andere Mal schon da. Das ziehe ich mir jetzt mal ganz kurz in den Chart raus, kurz einen Augenblick. Euro-Tschechische Krone. So, da ist er. Zack. Neues Chartfenster. So, okay. Das sind Währungen hier auf Tagesbasis. So, da sehen wir, ich will jetzt nicht sagen Hickack hin und her, aber momentan einfach großer, großer Seitwärtsbereich. Wir haben das bei sehr, sehr vielen Währungen momentan, dass wir nach diesen ganz starken Schüben, die wir zur Oberseite oder auch Unterseite hingesehen haben, in eine ewig lang anhaltende Seitwärtsphase gedreht sind. Und bei der Euro-Tschechischen Krone hier an dieser Stelle ist das definitiv nicht anders. Wartet mal, ich mache mal kurz das Trading-Tool aus hier. Nicht, dass ich versehentlicherweise eine Order platziere. Also, worauf kommt es mir hier drauf an oder was will ich zeigen? Passt mal auf. Hier, oben Nummer 1 und unten Nummer 2. Das sind zumal die Schwankungsbereiche dieser ewig seitwärts laufenden Phase. Oben wollen wir nicht drüber, unten wollen wir nicht wirklich drunter. Wir haben es gesehen, hier unten angelupft und dann gleich wieder hochgedreht. Das ist entschuldigt ätzend in solchen Phasen, wenn man Ausbrüche tradet und diese Seitwärtsphasen ewig andauern. Da muss man als Trader einfach sagen, okay, das gehört zum Geschäft dazu. Man darf natürlich solche Handels-Setups nicht außen vor lassen, weil man einfach sagt, naja, die bricht ja nicht, Setup ist Setup. Aber, was man hier in diesem Bereich jetzt natürlich auch immer wieder schön sehen kann, ist, wenn man auf der Unterseite Dynamik nach oben hinbekommt, schönes Range Trading. Sollten wir hier also tatsächlich wieder rumdrehen, jetzt muss ich hier mal ganz kurz schauen, was wir an Zeiteinheiten drunter noch vertreten können, wo wir Trends auch sehen. Schaut mal, das wäre jetzt tatsächlich interessant, wenn wir jetzt hier aus diesem zusammengerafften Bild, das unten mal sehen, hier eine kleine Bodenbildung, hier der erste Schub nach oben. Wenn wir jetzt hier unten ranlaufen und wieder abprallen nach oben, das wäre dann ein Indiz dafür, dass wir durchaus nach oben streben könnten und wir uns dann wieder zur Oberseite hin entwickeln könnten. Das wäre interessant zu sehen. Widerstände haben wir natürlich auch oben drinnen liegen. Wenn wir uns den Stundentrend mal anschauen, schaut mal hier, dieser Bereich, dieser Schwungbereich knapp um die 1,27, nein, nicht 1,27, um die 1,27,3. Das wäre hier an dieser Stelle schon mit da. Ich kriege jetzt noch eine Nachfrage. Danke für die Zeiteinheit. Bruch der Trendlinie auf Tagesbasis. Wartet mal ganz kurz einen Augenblick hier an dieser Stelle rein. Trendlinie heißt jetzt, was an dieser Stelle, wir sind hier in einer Seitwärtsphase. In einer Seitwärtsphase haben wir nicht wirklich Trends. An der Stelle ist das, das ist halt das Schwierige in Seitwärtsphasen, dass wir da keine sauberen Trendverläufe haben. Guckt mal, wir gehen jetzt mal hier kurz in den Wochenchart rein. Wir sehen es wirklich. Der Markt ist hier brutal nach oben gestochen. Und seitdem schwingt er hier nur seitwärts hin und her. Also da gibt es nicht wirklich einen Trend, der jetzt zu ersehen ist, weil es geht erratisch runter, es geht dann erratisch wieder hoch. Das ist logisch für Seitwärtsphasen. Und wenn man das Ganze jetzt hier auf Tagesbasis sieht oder sehen möchte, dann kann man natürlich sagen, ich zeichne das mal ganz kurz ein hier an dieser Stelle. Schaut mal, man könnte natürlich sagen, okay, na klar, hier haben wir doch in irgendeiner Art und Weise was Trenden nach unten hin. Das ist ganz klar. Jetzt sind wir hier allerdings und das ist das, was in Seitwärtsphasen typisch ist. Schaut mal hier, was ist passiert? Hier hat sich ein Aufwärtstrend gebildet. Welchen Trend nehmen wir jetzt her? Also hier unten ist ein wichtiger Bereich, hier unten ist ein wichtiger Bereich. Prallen wir hier ab, ist der wichtige Bereich hier oben. Das hier an dieser Stelle. Und sage ich mal, auflösende oder auslösende Faktoren an dieser Stelle sind wirklich die Dinge, die wir hier betrachten. Ein faktischer Bruch unten oder oben durch. Das ist das, was man braucht, um das Ganze aufzulösen. Und das wäre jetzt an dieser Stelle sozusagen zu sehen, wenn wir hier tatsächlich jetzt von oben kommend durchlaufen. Das wäre dann im Endeffekt die Aufnahme der Richtung nach unten. Und das würde dann grob gesagt, hier wenn wir das mal auf Tagesbasis oder auch auf Wochenbasis uns anschauen wollen, das wäre dann grob gesagt, das was ich hier mal kurz einzeichne. Hier von oben raus sind wir gekommen. Der erste Schub nach unten, dann die Korrektur und dann der Rutsch nach unten. Also hier, das wäre dann mal der wichtige Bereich, den wir hier brauchen. Dann hätten wir den Ausbruch zur Unterseite und das wäre es gewesen. Ansonsten kann man auch sagen, schaut mal, hier, hier, Ausbruch nach oben. Das ist das Gleiche und das ist das, was tricky ist an Seitwärtsphasen. Das heißt an dieser Stelle, wie schon gesagt, Range Trading, kein Problem. Die Range funktioniert, sehen wir hier drinnen laufen, alles gut. Auflösung, wie schon gesagt, müssen wir oben drüber oder unten drunter und dann trenden und das wäre genau das, worauf wir hier als Trader achten sollten. Also In-Range Trade oder ein guter Bruch unten durch im Euro-Tschechische Krone. Gut, damit wäre das auch durch und dann schauen wir jetzt noch kurz auf einen Index. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch und dann geht es weiter. Hoppala, nee, wartet mal kurz. Hier, das nehme ich mal raus. So. Das zu und jetzt muss ich den US-Tag nochmal aufmachen. Den habe ich gerade weggezaubert, aufs falsche Knöpfchen gedrückt. So, da haben wir US-Tag. Also hier, den technologielastigen Index der USA. Sehr, sehr schön, was gestern passiert ist. Da war ich wirklich sehr, sehr happy zu sehen, dass wir schön eine Umkehrkerze bekommen. Die gucken wir uns auf Tagesbasis auch gleich mal um. Jetzt zählt es natürlich, dass das ganze Teil auch, sag ich mal, bestätigt wird. Gucken wir uns das Ganze mal kurz auf Tagesbasis an. Hier an dieser Stelle. Schaut mal, das war doch gestern hochinteressant. Hier schön im laufenden Aufwärtstrend diesen starken Abverkauf gesehen und dann einfach wieder zack die Käufer in den Markt. Beide Dip und hoch ging es nach oben. Wichtig und interessant wäre jetzt an dieser Stelle, dass wir uns weiter nach oben orientieren können. Der Fokus liegt hier ganz klar oben am Allzeithoch. Wir haben es hier liegen. Wenn ich es auch mal auf die Woche sehe, sieht man es ganz gut hier oben. Da oben hier, das, der Bereich hier, das ist das Allzeithoch. Da wollen wir hin. Das strebt der Markt an dieser Stelle an. Dass das nicht einfach werden muss, ist ganz klar. Aber, und das ist das Schöne, wenn wir uns jetzt mal die untergeordneten Trendverläufe angucken, das wäre dann schon der interessante Bereich. Weil schaut mal hier, das war der letzte Kaufbereich hier in diesem Blickpunkt. Das ist ein Unterstützungslevel. Da haben wir gesehen, dass diesen Bereich nutzt der Markt gerne mal zum Kaufen. Plus die Wohler natürlich dazu. Das ganz klar. Aber wir haben diese Marke, die knapp 9300 Punkte Marke. Und wenn wir mal sehen, was jetzt hier passiert ist. Rein faktisch, das war die Bewegung nach oben hin. Und das ist jetzt die Korrektur gewesen. Und dann von unten rum gedreht. Und das wäre jetzt interessant, dass wir das bestätigt bekommen. Das Signal von gestern. Das heißt, da müssten wir hier über das Tagestief hoch. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal in der Stunde an. Und wir sehen, was in der Stunde hier passiert ist. Ganz klar, dieser Rutsch hier nach unten hin ist klein getrendet. Hat natürlich diesen hier nach oben rausgenommen. Und da wäre es jetzt wirklich wichtig, dass wir hier keine Umkehr bekommen. Nach unten hin und wir wieder die alten Tiefs anlaufen. Sondern wir hier zwischenzeitlich über die Marken drüber laufen. Das heißt, erste Marke hier. Dieser Bereich knapp 9485. Und danach dieses Zwischenhoch da oben rausnehmen. Das hier. Da wäre nämlich dieser Abwärtstrend auch aus dem Markt genommen. Und dann können wir uns schön wieder auf die Oberseite konzentrieren. Und wenn wir da ganz klar über die 9600 Punkte Marke rauflaufen sollten. Dann ist der Weg offen zur knapp 9800 Punkte Marke. Der Aufwärtstrend im S&P, nein im Nasdaq hier an dieser Stelle sehr, sehr stark. Sehr, sehr weit nach oben gelaufen. Und jetzt haben wir gestern eine Korrektur gesehen. Und jetzt bleibt es halt wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Wo laufen wir hin? Sehen wir eine tiefere Korrektur? Das heißt, testen wir das Tagestief von gestern nochmal? Oder orientieren wir uns vielleicht unten, unten, um die Marke von 8850 Punkten? Oder laufen wir gleich wieder nach oben? Da stehen wir hier an einer entscheidenden Marke. Und das wird sehr, sehr interessant. Mehr dazu und zu den anderen Indizes. Dann morgen nach der Besprechung der Handelsideen. Also 8.30 Uhr morgen wieder einschalten. Da gibt es wieder Handelsideen. Dann die Rundumbesprechung der großen Charts und, also der großen Indizes. Und dann natürlich der Blick in die US-Wirtschaft und die deutsche Wirtschaft. Da haben wir einige Wirtschaftsnachrichten bekommen und die beleuchten wir morgen mal in Gänze. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss und gute Trades.